Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League mit dem Niroi. Hallo. Wie man sieht hier noch unser letztes Ergebnis. Wir haben gleich weiter gemacht. Voll geil. Wir sind voll geil. Haben die sich jetzt auch gedacht. Gegner. Ja. Schade. Voll geile Gegner. Weißt was voll geil gewesen wäre, wenn wir nochmal die gleichen Gegner bekommen hätten. Ja. Voll geil. Weltgeil. Oh, schöner Passantisch bin ich da. Ach der. Jetzt hat er wieder einen 2-2er. Oh nein. Nein, der hat die Bumme drüber gespielt. Uuuuh. Uuuuh. Ja. Ja. Schön. Ja. Aber nochmal. Schade. Das war nicht drin. Ja. Läuft. Gut noch passt, Junge. Du bist eine geile Sau. Voll geil. Weltgeil. Guck gefälligst meine Tore zu Ende an. Ja. Ja. Alles gut. Oh, 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 oh. Nie reu. Oh. Und kein boost. ich hab ne noch hoch gespielt das nützt gar nichts doch hat was genutzt ich hab kein boost berichter gefälligst welchen unterstanden gut, ich hab wieder leh ja schade aber geil, schön an der Ecke hier naja schön wo ist denn der? Buneck oh ne ich hasse das oh mach es denn ganze Dank brauchst du nen Tor noch ach schade nein auch die können nicht ja nein so meine höfigsten Wörter hier bei dem let's play ja nein jetzt ja sorry ich hätte immer wieder mit erwarten sollen ja 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 oh oh ja 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 jetzt geht's wieder los, die Turmmaschine ist wieder aktiv ja 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 Schade. Geh nach dem Tor, he? Na. Gürrlich, Junge. Scheiße. Oh, guck das an. So knapp vorbeigesprungen. Hat du gerade so einen Ball hinterlassen? Na, nicht laut. Ich trottel. We machen ein Zeitspiel. Ja. Alle beten es durch, haha. Ne, wir schießen jetzt einfach nur eins. Gerade eine gute Option. Ja. Heiß, äh. Oh, klar. Wie schnell du immer bis wir den Zeug posten? Ich krieg gerade übelst Hunger. Oh, sorry. Falls ich da meinen Gemälder bin. Alles gut. Na, na. Oh, Parade, Junge. Sehr schön. Ach, du bist doch so eine geile Sau. Guter Pass, meine ich. Nicht guter Schuss. Schön auf den 3-Meter-Punkt geschossen. Ja, ich habe ein paar Pfeilen. 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 Ich habe ein paar Pfeilen. Oh, mein Pfeil ist ein paar Pfeilen. Oh, mein Pfeilen. Oh, mein Pfeil ist ein paar Pfeilen. Oh, mein Pfeil ist ein paar Pfeilen. Oh, mein Pfeil ist ein paar Pfeil. Oh, mein Pfeil ist ein paar Pfeilen. Oh, mein Pfeil ist ein paar Pfeil. Sehr sehr schön. Achso, der Niro ist so ein lieber Typ, dann schenke ich mir eins, damit sie nicht gewinnen. Damit sie nicht ganz so trottelig da gehen. Oh, ernsthaft, die 13 Sekunden hätten sie auch noch durchhalten können. Müde, Auto müde. Ja, Bronze 2. Geil, 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 geil. Ich spiel mit den Goldtypen. Das geht jetzt richtig aufwärts bei dir. Ja, na klar. Junge. Ja, na klar auch nicht. Ja, ja. So, das ist Bronze 3. Das ist ähm, äh, äh, wie ist das? Grand Champion 3. Ja, selbstverständlich. Man kann es so schön reden. Grand Champion 3 des kleinen Mannes. Uh, 3-3, wen haben wir dabei? Ich bin nix. Ja, wen hat ein weißes Auto? Das ist aber sweet. Alter, was machst du denn? Oh, bei... Na... Geschenkt! Ne, ist es für meine Schuld. Guck dir das Replay an für meine Schuld. Hä? Ne, wir sind ja zusammengestoßen. Achso. Ja. Geschenkt hat es geschossen. Das ist okay. Geschenkt, ja. Der hat eine Ziege, die eine raucht. Hier. Aus wie ein hässlicher Gorilla. Findest du? Ne, sie sieht aus wie eine Katze oder wie ein Hund oder... Eine Katze ist eine Ziege. Will eine Ziege sein? Ja, du wirst ja noch nicht im Zoo. Ja, stimmt. Es kann, es kennt auch noch jeder zwischen Katze und Ziege. Ne. Boah. Boah. Ah, nein. Ah, nein. Scheiße. Mann, die sollen nicht schon mal in die Mitte fliegen. Schön. Ach, sehr gut. Keeper! Was ist der Training? Oh, der Spastei! Bastard! Ja! Nein! Wieder nicht getroffen! Sorry, dass ich mich gerade wieder so dusselig anstehe! Pass das doch nicht, das ist halt ein bisschen kalt, so ne? Ah, das stimmt! Zweier ist echt kontrollierter! Naah! Ach, da haben wir also wirklich Glück! Ach, wie nix macht's! Ach, Boost! Ich hab keinen Boost! Komm, der Auto weg! Oh! Oh! Und die klauen auf den Boost! Ich werd nicht mehr! Sehr schön! Ja! Ganz stark in der Gemeinschaft! Ganz stark! In dem Lüften wird! Ja! 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 Schade! Na komm, zu beschissen! Ja! 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 Wir altauer! wie gut du das immer abschätzen kannst, wie da bei区? шь! Ja! Ja! Bra es! Lots of information, no black! abrasiveРme! Sehr schön! Läuft! Die Kamera ist scheiße! Die ganze Zeit Angst, dass ich mal niesen muss! Ja, dann ist es halt so! Ja, darf man nicht mehr! Schön! Oh oh, da kommt zu hoch! Gut! Nein! Ich werde nicht mehr auf, wieder weg zu fliegen! Oh oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Na! Haha, alle drei am Tor! Oh! Oh! Hab ich das gerade wegge... Nee! Oh! Oh! Hab ich das gerade wegge... Oh! 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 Hab ich das gerade wegge... Oh! Oh! Hab ich das gerade wegge... Der Dings oder Phoenix hat ja Bemüll gebaut gerade aber... Alles gut! Achso! Wenn der es noch war! Mist! Ich hab Angst! Ich hab ganz große Angst! Jawoll! Ah! Oh, sorry! Ich wollte dich nur nen Boost reinschubsen! Alles gewollt! Mach zu langsam! Ah, Verlängerung! Hast du echt vor uns denn ne Kiste bekommen? Nein, leider nicht! Ich dachte nur... Oh nein! Man bekommt tausendprozentig ne Kiste! Ah! Was hab ich denn nicht bekommen ne Kiste? Ja! Häh! 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 Ich bin ein Neulander, da bin ich! Aber das nächste Mal im Hauptmenü sind siehst du, oh die ist ja so zuckerschön! Ah du bist platin! Ja? Du! Achso! Achja, nicht glaube! Wir haben erst 3er-Match gespielt. Oh, jetzt wieder ein 2er! Eih! Jetzt hätte ich fast ein Stott ein bisschen verpennt. Fisch? Oh, schade. Ich will nochmal nachschreien. Ura! Matchparade! Mit! Mit! Gehen. Der hat gar alle fast gewesen. Naja, der hat aber auch besitzt. Bist! Oh, der Spass von und von. Ah, schade. Ah, also ich wusste aber nicht, dass da so ein beschissener Tier kommt, weil er hätte schon was gesagt. Ich dachte, es war hier, was der Mittelfeld passt, dachte ich. Achtung! Ah, die Schweinehunde! Ah, wieder so scheiß doll. Unverdient. Ja. Na ja, gut. Es geht hier erst mal los. Genau. Hab ich? Gut. Komm über diese, die wär's nie wieder weggegeben. Scheiße. Jetzt kommen die auch noch nicht klar. Ich hab die noch gar nicht gesehen. Ich hab die noch gar nicht gesehen. Aber die ist so, ist so compute. Lernst langsam Englisch aus. Ja. Boah! Die haben mich weggedrängt. Ja! Ja! Nein! Oh, hallo! Hallo! Oh, ich hab beide mal eingeklemmt. Eingegequetscht! Ein Typ, ey. Unglaublich. Geil! Richtig schönes Ding. Danke, danke. Ja. Eigentlich kannst du was gar nicht riskieren, weil du dafür einen ganzen Goose brauchst. Und wenn da dann alle ist. Ja, gut. Aber du machst das schon. Ich glaube, es geht schon wieder los. Beißen. Sorry. Ah, die Trekender nicht. Treffen nicht. Könntest du recht haben. Oh, ich kann doch wohl nicht. Bitte vorbeigefahren. Ein bisschen. Ist aber wohl. Ah, na, 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 na. Sehr schön. Ich hüpfer dich. Oh, geil. Wieder so ein Aufsetzer-Ding. Schön. Oh, macht Spaß. Danke, danke. Du, David. Ach, scheiße. Ist doch alles gut. Ach, scheiße. Kann ich gar nicht machen. Ich bleib wieder mal her. Ich helfe dir. Scheiße. Nein. Sorry. Schade, 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 schade. Du. Ja. Oh, ich trottel. Oh, hat er gehabt. Oh, Mann, ich bin gerade wieder nur hier. Neben der Stelle. Oh, der war treig. Ah, das war sehr schön. Oh. Ah. Ach. Schade. Nein, Mist. Ja. Oh, die schnapp mir laufend den Bus weg. Ist nicht in Ordnung. Ja, 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 ich bin nicht da. Mist. Boah. Nein, Gott, ich stehe einfach nur falsch. Oh, schweig. Hast du? Ja. Nein. Boah, jetzt stehe ich wieder scheiße. Hab's auch nicht, dass der Gegner von beiden mitteilend anschießen kann. Nein. Ach, schade. Hätten wir verdient. Ja. Over time. Und, hast du da eigentlich beim letzten Mal eine Kiste bekommen? Ne, nur eine halbe. Nur einen Deckel. Achso. Ja, was macht er denn? Es wäre cool, wenn ich so ein Spielehersteller wäre, ne, der für Geld sich Kisten und Schlüsse anbietet, würde ich bei jeder zehnten Kiste einfach mal eine Leere hinstellen, dass du gar nichts hast. Ja, ja, ja. Einmal nichts drinne. Boah. Ja, jawohl. Ja, komm, schieß mal ein Mal ran. Oh, scheiße. Ach nein, das war mein. Hu. Oh, sorry. War ein schöner Pass. Ja, war echt stark. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, aber schöne Selfies von sich. Lieg auch runter. Wir müssen mal ins Hauptmeni gehen, wir müssen dir meine süße Eule angucken. Die guck ich mir jetzt noch an und dann end ich sowieso erstmal die Folge. Ah, ist ja wirklich noch Eule. Natürlich. Die sieht ja voll geil aus. Diese bist cute. Die ist ja geil. Die ist schon übelst ultra selten, oder? Nö, warte mal. Warte mal, war es glaube ich ganz normal. Nee. Garage, Auto, einfach. Ultra selten ist sie nicht, sonst hätten wir ja bestimmt nicht im Spiel gekriegt. Also ich weiß es nicht. Dachaufsatz, hier Eule. Das ist... Dachaufsatz, ungewöhnlich. Achso, okay. Ja, der Fisch ist auch ungewöhnlich. Glaub ich. Oh, ich behalte die... Oh, die Eule ist wirklich geil. Gefällt mir. Wollen wir die Tausend? Nee, 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 die behältst du. Das ist deine. Der hier... Der... Der... Der Fisch. Der ist sogar selten. Ja. Ja. Na gut, dann würd ich wieder mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.